So, 6er Rothirsch. Ich nur auf 150 Meter. Und da legt er sich hin. Schön. Oh, hier ist ein 4er, okay. 4er Wiesend. Den nehmen wir auch gleich mit. Nachladen, Kinder. Nachladen ist wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat sich sofort hingelegt. Top. Sehr schön. Okay, sammeln wir zuerst mal den Rothirsch ein und danach das Wiesend. Silberner Rothirsch, Doppelunge, 163. Schön. Top, 4er Wiesend, 120,13 Doppelunge, Herz, einmal alles bitte. Schönes Tier.